Es geht um das E-Welt im Moratorium, es ist eine Initiative, eine Vorbereitung über die wir reden, wir möchten die Grundlagen bekannt machen und so weiter. Ich bin sehr kurz, wer wir sind und dann kommen wir zur Präsentation. Mein Name ist Jorgo Raniadis, ich bin fast 50 Jahre alt, Ingenieur in RTL, bin bei all diesen digitalen Themen unterwegs, bin in der digitalen Gesellschaft, ich bin bei der Piratenpartei aktiv dabei, Internet Society und vieles andere und engagiere mich jetzt seit über einem Jahr eigentlich in diesem E-Voting-Moratoriums-Grüppchen, das unterdessen so eine grosse Gruppe wurde. Mein Name ist Jorgo Raniadis, ich bin ein bisschen hilfreich, aber ich habe den gleichen Beruf wie er und auch jetzt neuerdings das gleiche Hobby. in der Working-Moratoriums-Grüppchen, ich bin ein bisschen hilfreich, ich habe 20 Jahre für die Armee gearbeitet und zwar insbesondere IT-Sicherheit und war im Schloss eigentlich der Braubordniger für die operative Cyber-Defense und die Verstürungsunterstützung und kann da ein bisschen etwas erzählen, was man sich so für IT-Sicherheit vorstellen kann und was eben nicht. Okay, also jetzt über was sprechen wir beim E-Voting? Es ist definiert als eine Methode zur elektronischen Stimmabgabe, manche nennen es eben E-Voting, manche mal E-Voting, wenn man über das Internet abstimmt oder Cyber-Voting ist ein Begriff, das seit einigen Wochen jetzt herumkreist, man tut also sein Stimmrecht via Computer, Tablet oder sonst irgend ein elektronisches Gerät üblich nicht wahrnehmen. Das heißt, die Idee dahinter ist, dass man durch solche Technologien die Stimmbeteiligung erhöhen könnte, dass man günstiger produzieren kann oder dass etwas vereinfacht wird oder optimiert wird für Auslandsschweizer, für Behelfete insbesondere und Ähnliches. Das ist die E-Voting. In der Schweiz haben wir eigentlich die klassischen Abstimmungen irgendwo vor 25 Jahren mit der brieflichen Stimmabgabe ergänzt, wo man sein Stimmrecht auch via Brief-Postweg oder direkt auf der Gemeinde mit dem Einwurf in den Briefkasten wahrnehmen kann. Im Jahr 2000 wurde dann ein Projekt von Elektronik lanciert, wo man dann gesetzliche Grundlagen erarbeitet hat für den dritten Stimmkanal, also das elektronische Abstimmen. Seit 2004 laufen einzelne Tests. Am Anfang waren die sehr klein, mit einer eigenen Entwicklung in Genf. Später kamen dann grössere Gruppen von Kantonen dazu, die es mit verschiedenen Softwarelösungen probiert haben. Im Jahr 2015 wurde die gesetzliche Grundlage so verschärft, dass man gesagt hat, die Lösung mit dem Unisystem, die funktioniert nicht ohne das Stimmgeheimnis zu brechen. Das Stimmgeheimnis ist etwas sehr Essentielles in dem ganzen Abstimmungsprozess. Und seither leben wir eigentlich mit einem Topol von der Genfer-Lösung, die teilweise Open Source war, und der Lösung von der Post, über die im Moment in den Medien sehr viel polemisiert wird. Das Genfer-System soll aufs nächste Jahr abgeschaltet werden, also hätten wir am nächsten Jahr ein Monopol der Post-Lösung. Praktisch sieht das dann so aus, dass man anstatt die gewöhnlichen Stimmunterlagen als E-Voter erweiterte Stimmunterlagen bekommt. Zum Teil, das ist jetzt die Genfer-Lösung, da gibt es eben so ein Rubbelfeld. Und dann gibt es riesige Anleitungen, wie man dann wirklich überprüft, so dass man auf der richtigen Voting-Seite ist mit diesem Zertifikat, Schlüssel und Prüfen. Das Lustige ist ja eigentlich auf der gleichen Seite, wo das Zertifikat drauf ist, ist auch die Anleitung, wo ich sehe, ob dieses Zertifikat da jetzt fertig ist. Das ist die Logik der Sicherheitstechnik bei diesem System. Bei einem Post-System sieht dann die Lösungen ein bisschen anders aus. Bis vor kurzem hat man damit Zahlencodes abgestimmt. Das heisst, ich habe nicht ein Ja- oder Nein-Eckchen gesetzt, sondern so Zahlenkombinationen. Daraus hat sich dann das System errechnet, ist das jetzt eine Ja- oder Nein-Stimme. Dieses Sicherheits-Element fliegt raus in diese Version, die jetzt aktuell diskutiert wird. Und es läuft eigentlich daraus heraus, dass man irgendwo von 30 bis ca. 300 Codes, für eine VAR, also Nationalratswahl, muss man ein paar Codes weniger eingeben, aber man muss eben noch sehr viele Codes handeln und überprüfen. Wenn man jetzt dieses E-Voting einführt, muss man ein paar Grundannahmen treffen. Die E-Voting-Befürworter sagen, das haben wir vorhin gesehen, die Bürger folgen exakt einer Anleitung und machen keinen Fehler. Der Bürger ist so kompetent, dass er weiss, was er tut und kein Virus und Trojaner auf seinem Gerät hat. Okay. Der Bürger versteht das System, die Architektur und so weiter und vertraut diese ganzen Lösung. Und schon kommen wir ein bisschen ins Dippen, weil das Vertrauen in irgend so etwas ist natürlich ein bisschen schwieriger zu gewinnen, als das Vertrauen in ein paar Zettel und Papier. Und am Schluss muss man dann nehmen, das System sei sicher. Dann machen wir noch sehr viel etwas dazu. Und dann gibt es auch die Annahme, dass in diesem ganzen Prozess, wo wir bei der Abstimmung haben, alles sicher und gewissermaßen abläuft. Also man hört ebenso häppchenweise wieder vom Problem bei Abstimmungen. Kürzlich haben wir erfahren, dass in St. Gallen die Stimmen nicht einmal mit dem Stimmregister abgeglichen werden. Also es gibt heute in Gemeinden, in Kantonen, Wildbuchs. Jeder macht es ein bisschen anders. Und schon das alte System funktioniert nicht immer optimal. Und das ist jetzt ein Foto von einem Evo-Team auszählenden Tag in Genf. Da ist irgendwie der Computer abgestößt. Die einen sind Kaffeetrinken gehandelt und die anderen schauen ein bisschen Rathost ein. Ja, was sind dann die Probleme? Das System könnte in der Theorie sicher sein. Aber wie sieht das dann in der Praxis aus? Sind die Kontrollen sicher? Ja, ist das Internet sicher? Vertrauen Sie wirklich, dass das, das Sie abgeschickt haben, auch dort? Wie ist die Mensch-Maschinen-Interaktion? Gibt es da von Anleitung bis zur Eingabe, bis zu diesen Prüfcodes, die man dann verwenden muss? Wirklich keine Probleme. Und dann, ja, dass Sie die Amis und Schröder mit schwarzen Kästchen machen können. Blackboxes. Heute sind diese Systeme, diese ganzen Lösungen Blackboxes. Also der Bürger weiß fast nichts, was da abläuft. Die Experten wissen einiges, was da abläuft. Aber es gibt wahrscheinlich in der Schweiz keinen Menschen, der versteht, was beispielsweise beim Evo-Team von A bis Z alles abläuft. Und was wir auch erkannt haben jetzt in den letzten Monaten, man darf nicht scheitern. Es ist ein politisches Prestigeprojekt, das unbedingt durchgezogen werden muss. Es gibt Risiken bei Abstimmungen, bei Auszählen, bei Todmanipulationen. Ein sehr grosses Risiko ist es, das Abstimmungsgeheimnis zu verlieren, das Stimmgeheimnis. Ich habe ein bisschen festgestellt in der Debatte, wenn das Stimmgeheimnis nicht wichtig ist, der ist eher Pro-Eventin. Wir können einen Test machen. Wem ist das Stimmgeheimnis wichtig? Doch einigen. Das erstaunt mich, weil ich habe sehr viele Leute kennengelernt, die sagen, ja, ich stehe dazu, dass ich dafür oder dagegen bin. Und wer ist Pro-Eventin? Also ich sehe keine Korrelation. Also auf jeden Fall, es ist eine Frage von Glaubwürdigkeit und Vertrauen in diese Kiste, in dieser Blackboxes. Und das ist wahrscheinlich das Thema, das uns in den nächsten Monaten sehr stark beschäftigt wird. Gehackt wird überall, das wissen wir alle, was man da nicht lesen kann. Das heißt, das war irgendwie ein Text, das ist eben so ein Snowden-League E-Voting-Dex to be mined. Das kam eben von der NSA oder sonst einem Geheimdienst. Passwords, Passwords. Es gibt alles Mögliche, das geackt wird. Und das Ganze kann man dann in Relation zu den Kosten zum Nutzen stellen. Ja, was kostet denn eine Abstimmung zu gewinnen, eine Wahl zu gewinnen? Also, ein Parlamentarier investiert vielleicht 100.000 Franken und bekommt dafür 50.000 Stimmen und setzt im Parlament den Wert. Dann kann man sagen, eine Stimme kostet 2 Franken. Ja, wenn ich mir diese Stimme auch für 1 Franken bei einem Hacker kaufen kann, wieso soll ich eine Kampagne fahren? Das kann man runterbrechen und dann gibt es so Anstimmungen, wie das Radio-Fernse-Gesetz ist ja nicht so wichtig, aber sagen wir, der EWR-Eintritt von 1992, mit ein paar Tausend bis Zehntausend Franken, hätte man da was an- und manipulieren können mit ein paar Hunderttausend Franken mehr, wie heute im EWR. Einfach mal so gemappt auf diese Lösung. Wie kann man diese Probleme lösen? Man kann den Code öffentlich machen und die Frage ist dann ja, ist das System nur ein bisschen Programmiercode oder ist das System nicht das ganze Paket aus Prozessen, aus Druckereien, aus was auch immer noch drin ist? Wie geht man mit der Transparenz um? Wie geht man mit dem Vertrauen um? Im Moment wird von uns verlangt, wir sollen den Experten vertrauen, denn die wissen, was sie tun. Oder glauben wir, ein paar Nerds, die halt irgendwo auf irgendwelchen Kanälen sehr aktiv sind. Im Moment wird die Debatte stark von Juristen geprägt. Hoffen wir, dass alles funktioniert oder ignorieren wir einfach, wie es weitergeht. Und man merkt auch eine sehr starke Abschied unter Verantwortung. Ja, das ist Kantonsaufgabe, ja das ist Botsaufgabe, ja hier haben wir ein Zertifikat von der KPMG, das Problem ist nicht existent. Und jetzt möchte ich die andere Droh ein bisschen übergeben zum Thema Sicherheit. Ja eben, also es wird immer gesagt, ja dann macht doch ein sicheres E-Voting-System, wenn ihr findet es eigentlich sicher. Und da möchte ich ein bisschen ausholen, also was ist überhaupt Sicherheit? Also Sicherheit ist eigentlich der Kehrwert von der Summe aller Risiken. Und jetzt haben wir vorhin gesehen, was es für Risiken gibt, also das Risiko der Manipulation, das Kompromittieren des Abstimmungsgeheimnisses. Es gibt eben noch andere, man kann einen ganz einfachen, nicht verissen, könnte man irgendwie die Abstimmungen zwecherlich ziehen. Also die Demokratie als Institution eigentlich diskreditieren. Und jetzt ist die Frage, ja wie gross sind die Risiken, ja ist nie etwas passiert, 200 Abstimmungen gemacht, nie etwas passiert, also ist das Risiko null. Das sind die Risiken der Vergangenheit, wo wir eigentlich stark anzweifeln, dass nie etwas passiert ist. Weil dann hätte man das wirklich erfahren, wenn da etwas passiert wäre. Ich kenne keinen, der zuständig gewesen wäre und interessiert gleichzeitig an einer solchen Weldung in die Öffentlichkeit. Also natürlich ist nichts passiert. Nein, man muss die Risiken messen an den aktuellen und an den künftigen Möglichkeiten. Und zwar nicht nur des Zufalls, das auch, es kann etwas passieren. Ein Mensch macht einen Fehler und dann passiert eben ein furchtbares Ding. Alles ist falsch. Aber es gibt noch Gegner. Und ja, da ist die Frage, ja, erstens, wer könnten die sein, was könnten die machen? Und drittens, wenn ich mich jetzt in die Person eines Gegens versetze, was muss ich haben? Es braucht eigentlich zwei Sachen. Ich muss es erstens wollen. Das heisst, ich habe einen Mannreiz und der hat irgendeinen Bereich. Aber wir sehen ungefähr, was für Preise das da in Frage kommen. Wenn ich eine Flugzeuggeschaffung mache, ist der Preis noch viel, viel höher. Und dann gibt es noch staatliche Einrichtungen, die kennen eigentlich gar keine Preise. Die machen das einfach, weil sie es wollen. Und dann muss er es noch können. Aber er muss es nicht unbedingt selber können. Und dann kann man das ja vielleicht eingehalten als Dienstleistung von jemandem erst dann. Da ist nur die Frage, gibt es eben einer von den hunderten Millionen Internetbenutzern, der da ein bisschen mehr kann als nur so ein bisschen Hobbyhacken? Und die Antwort ist, ja, selbstverständlich gibt es diese und wir kennen sie auch. Und dann heisst es, ja, das sind doch alles Restrisiken, oder? Da möchte ich mal meinen Anspressen für den Begriff Restrisiko. Ein Restrisiko ist ein Risiko, das man eigentlich nicht spezifizieren kann, aber man weiss, dass es trotzdem gibt. Das heisst, welche Leute reden am meisten von Restrisiken, das sind die, die eben die Risiken nicht sehen. Dann sind es Restrisiken. Aber das sind Risiken, die wir sehen. Also wir haben gesehen, was man alles machen kann und die Anzahl der Möglichkeiten, wie man es machen kann. Da kann man so in etwa sechs großen Szenarien aufteilen. Und jedes von diesen Szenarien hat eine unendliche Menge an kleinen Hilfsmittel und Exploits und was man alles braucht. Jetzt, wenn wir uns schnell anschauen, ja, was sind das eigentlich für die, die da, von denen, die das dann können? Dann haben wir das in der Cyber Defense eigentlich in fünf Kategorien eingeteilt. Das ist die Bedrohungsklasse 1. Das sind Leute, da können Sie heute Abend anfangen, wenn Sie nicht schon weiter oben sind, und etwas herunterladen und dann sind Sie bereits, haben Sie Webzeuge und wir dürfen staunen, was Sie da alles finden im Internet, ohne dass Sie überhaupt nur irgendwas verstehen von der ganzen Netzwerktechnik und so weiter. Da kann es Werkzeuge bleiben. Die sind natürlich dann nicht ganz geeignet für gute Systeme, dann wirklich zu komprominieren. Wenn Sie aber länger lügen, dann haben Sie noch dazu Motivation, Wissen und Erfahrung, dann können Sie schon einiges mehr machen. Und das sind aber immer noch nicht die Gegner, die wir da bei mir heute vermuten. Das sind die Gegner, die da diese Post-Tests haben. Da kommen jetzt 3.500 Ecke, die haben sich Werkzeuge gekauft, die können vielleicht auch tatsächlich etwas und wissen etwas von den Sachen und die müssen jetzt da irgendwie irgendwelche Tests machen. Allerdings nur diejenigen, wo man eben schon weiss, das sind die ganz Schwilligen. Dort werden Sie vielleicht wohl keine überwältigen Erfolge erzielen. Und alles andere ist ja verloren bei diesem Mittelstück. Also, sinnlos. Jetzt kommen wir da zur Klasse 3. Da werden Sie jetzt z.B. im Kassabstand leben und gute Ausbildung haben, wenn Sie ein superer I-King-Track sind, aber natürlich keinen Job, weil da gibt es nicht so viele Jobs. Was können Sie machen? Ja, so können Sie sich gegen ein so ein Netzwerk anschliessen, das eine kommerzielle Berechtigung hat. Und wenn Sie Glück haben, der Staat nicht so genau entscheidet, was Sie da machen, dann setzen Sie sich quasi in einer, sagen wir, cyberkriminellen Organisation. Die haben dann nicht nur das Wissen, sondern die haben auch Netzwerke und die haben Geld. Und die machen Geld mit diesem Geschäft. Die haben Personal. Und die können dann schon einiges mehr machen. Und von denen gibt es durchaus solche, die können sich dann messen, auch mit der Großklasse hier. Nämlich solche, die dann noch zusätzlich geheime Informationen haben. Und diese geheime Informationen, das sind alle die Sparstellen, die es da in der ganzen Mainstream-IP gibt und die man zum Teil kennt. Und die sind dann zum Teil gepflegt, wenn Sie das dort sehen, aber es gibt sicher auch solche, die sind erstens noch nicht gepflegt oder sind vielleicht nicht so gut gepflegt. Da gibt es solche, die man halt doch noch nicht hat, weil man sie noch nicht eröffnen will. Und da gibt es solche, die sind da irgendwo abgezweigt worden von der Bedürfung, sagt dann das der industrielle militärische Komplex. Tja, und da gibt es noch viele, die können dann wirklich. Und da sage ich nichts dazu. Wer sind die? Ich glaube, das weiss jeder, wer das ist. Und jetzt ist die Frage, an welcher Front könnten wir eigentlich da? Wir reden von der IT, die man sichermachen muss. Und wir sehen das Risiko, dass es uns noch nicht gewinkt, die IT-Sicherheit zu betreiben. Also wir sehen, dass die Cyber-Defense-Potenzialen vielleicht nicht geliebt. Jetzt schauen wir mal, wie das die Amerikaner sehen. Die Amerikaner sehen so, dass sie sicher sind, wenn sie sicher sind, dass sie überall allein kommen. Das heißt, sie müssen dafür sorgen, dass niemand kommt und den Perfect IT vertreibt, wo man das nicht kann. Das ist die amerikanische Sicht der Sicherheit. Und jetzt ist die Frage, wer erschützt am längeren Hebel von diesen zwei Sichten. Der amerikanische Dollar, der in diese Cyber-Attack-Potential investiert wird, der hat gleich die Wunderfahrtbewerbung von dem schweizischen Franken, der in die Cyber-Sicherheit, den wissen wir gleich, und zwar wieso. Der Angreifer braucht eine Methode, die wir besser kennen als der Verteidigung eine. Da hat er einen anderen. Der Verteidigung hat alle Methoden, die man sich dann verdient. Das ist quasi unmöglich. Das kann man vergessen. Und jetzt überlegen wir noch, wo ist jetzt die Kompetenz aller Mainstream-Technologien? Ich sage nicht, die Schweiz könnte das nicht auch. Aber da müsste man ganz anders investieren, da müsste man dann eigene Firmen haben, die eben auch solche Betriebssysteme und Fahrware und alles. Das hatten wir mal vor 30 Grad. Dann kam der große Knick, weil wir wollten ja das Pferdwelle-Gesetz, dann ist alles frei. Das hat zu Preissenkung geführt, das hat zum Grund der Wirtschaft geführt. Das ist alles richtig. Aber die Sicherheit haben wir vergessen. Die ist nicht mehr da. Und was kann man machen? Also wie gesagt, ich war zehn Jahre lang da der Chef von dem ZERP-Film. Und ZERP heißt Computer Emergency Response Team. Also man hat eine Antwort. Also man kann zwar keine Sicherheit garantieren, aber man hat eine Antwort, wenn etwas passiert. Was brauche ich dazu? Ja, ich brauche eine Sensorik, um zu merken, was passiert. Also da braucht es ganz viele Überwachungsinstrumente. Nicht um die Leute zu übermachen, sondern um die Computer zu übermachen. Und am Schluss will ich eine quantitative Aussage machen können, wenn etwas passiert. Dann will ich wissen, wer ist betroffen, wann ist er betroffen, wie viele. Und dann kann ich eine Abschätzung machen, was der schadet. Die Frau ist einfach nicht teuer, kommt das doch. Also ich kann eine Zahl geben. Wir haben 10.000 Endgeräte, die übermacht wurden. Wir haben eine zweistellige Millionenzahl investiert und eine einstellige Millionenzahl für den Betrieb pro Jahr. Stillebürger haben wir 500 Mal mehr. Ja, wenn Sie selber ausrechnen, muss nicht linear sein, aber es wird auf jeden Fall verdammt sein, wenn wir so etwas machen würden. Und da ist noch die Frau, jawohl, wir das überkommen. Also das ist auch hier in der Bach unter aller Stationen, die da irgendwo mit ihm kommen, denke ich, kann mir die Vorstellung, dass das mehrheitsfähig ist. Und dann müssen wir wissen, was wir dann machen, und wir wissen, was los ist. Die Ankündigung einer Untersuchung, wie sich die Bundeskanzlei vorsieht, wenn ohne die EGT-Vomentierung was das sein soll. Ja, das wird es ja ordentlich sein, oder? Und dann brauchen wir noch eine Einigkeit, dass es unseren demokratischen spricht, dass zum Beispiel der Bundeskanzler sagt, wenn ich 10 Wählungen habe, dann wiederholen wir die Abstimmung. Ja, das ist sinnvoll oder nicht, also dann müssten wir noch etwas zu sagen haben. Und das haben wir alles nicht. Das sind alles Perspektive, das jetzt eingeführt und nachher noch abgesegnet, indem dann kein Referendum geht, dieses Gesetz, das jetzt neu kommt. Und darum müssen wir den ersten Punkt, mit dem Sonderabellenden, nämlich das sogenannte AEK-Adensiv, die Aussage, Mainstream IT kann nicht sicher bedritten werden, da wir die Kompetenz dazu gar nicht haben. Eine Erkenntnis ist daraus, wir das Stimmwort bräuchten, wir haben uns kollektiv bräuchten, eine rückendose Kontrolle, weil wir ein unsägeres E-Volting-System haben. Man kann natürlich dann kontrollieren, wenn man das könnte. Und Konsequenz, bei E-Volting steht eine Transaktionskontrolle im Widerspruch zum Stimmgeheimnisanspruch. Aber wie gesagt, das werden wir nie machen. Wir können nur diese Alternative verzichten, nach E-Volting. Ja, jetzt komme ich wieder ins Spiel. Also wir haben im Moment ein bisschen die Wahl zwischen einem klassischen Papier-Roll-Team, das ist jetzt die Bundesratswahl, und das ist jetzt die Bundesratswahl, in einem Raum mit Computer, wo keiner versteht, was passiert. Also es geht wieder ums Vertrauen. Ich glaube, bei der linken Version, da können wir jetzt einen Zehnjährigen von der Strasse holen und sagen, hey, hilf mich an, wer gewinnen ist. Bei der rechten Version weiss ich auch nicht, wie ich ein Problem löse, wenn es dann nun klar würde. Es geht also ums Vertrauen, und dieses Vertrauen versuchen wir jetzt mit einer Initiative zu lösen, die eigentlich sagt, wir verbieten die elektronische Stimmabgabe, das für fünf Jahre, das ist dann der erste Verfassungsartikel, dann die Verwendung der elektronischen Verfahren zur Stimmabgabe ist verboten, und unten kommt dann ein ziemlich großer Block mit Übergangsbestimmungen, ich glaube, unterdessen ist der definitiv, aber es heisst eigentlich drin, man muss nachvollziehen, also der gewöhnliche Bürger sollte nachvollziehen, muss nachvollziehen können, wie das System funktioniert, was ist noch drin in den Übergangsbestimmungen? Ja, also die Nachvollziehbarkeit, ich lasse noch mal sehen, auf jeden Fall, was wäre die Alternative zu dieser Initiative, wieso sind wir wirklich so weit gekommen, dass das passiert? Wenn wir die jetzt nicht lanciert hätten, haben wir bereits heute die Freigabe von der Bundeskanzlei, dass in zwei Dritten der Kantone 50 Prozent der Stimmbürger elektronisch abstimmen dürfen, und wir reden vom Testbetrieb, zwei Dritten der Kantone 50 Prozent der Stimmbürger, das soll ein Testbetrieb sein, gemäß Bundeskanzlei, und dieses System, das die Post jetzt auf die, sagen wir mal, Hackerleute loslässt, das soll die Freigabe für die 100 Prozent gesamt schweizerisch bedeuten, und das ist inakzeptabel, dieses System sollte in diesem Herbst in Betrieb sein, und wir als Bürger haben praktisch keine Alternative zu so einer Initiative, um politisch Druck aufzusetzen, und das System irgendwie, auch mit einer fünfjährigen Verzögerung, für Eigenabträge hinzuwerfen. Und was da jetzt nicht stört, ist, dass bei diesem Komitee, könnt ihr mal auf die Website schauen und gehen, www.e-leute-moratorien.cz Es sind also von den Juso bis zu der Leutendings ist sogar die EDU dabei, also von ganz links bis ganz rechts, von ganz konservativ bis progressiv, ich spreche da uns Piraten, sind alle dabei, und das ist das, was wir jetzt auf dem Tisch haben, und ich kann noch ein paar Slides zeigen, oder die Posten finden da, so Sachen, ja, der Bürger ist dann selber schuld, wenn er sich irgendwie Trojaner oder eigentlich auch ein bekanntes und das Plugin irgendwo unter Leutend reinholt. Die NSA wird nicht als Bedrohung abkäsent. Also ich meine, wenn irgendwo die Amerikaner für fünf Millionen Franken Kampfflugzeuge verkaufen wollen, habe ich das Gefühl, die NSA in diesen Liga spielen mit. Aber eben, die Post hat eine andere Ansicht. es gibt dann, es gab einen Hacking League, also eine League, ich meine, die Post hat sich auf ein öffentliches Lepo gestellt, eine halbe Stunde später hat sie gemerkt, dass sie das Flagg falsch gesetzt hat, und dann war es irgendwie plötzlich geschlossen. diese Quote ist dann eben, wie auf anderen, da geht es irgendwo rumgegeistert, und jeder unabhängige Analyste, der das Zeugs angeschaut hat, der sieht nur rote Fahnen überall herum, der sieht ein Chaos in 250 bis 500 Seiten Quotes, ich habe es selber noch nie angeschaut. Es ist auf jeden Fall sehr viel Material, das jetzt irgendwo untersucht wird, und gemäß Matthew Green, das ist der Mathematiker, der John Hopkins glaube ich, der sagt einfach, ja, ich wünsche uns viel Erfolg, beim Ess- und Schokolade-Kind zu wählen. Ja, vielleicht haben wir keine Ahnung, dass hier wirklich mit diesem Health so nicht funktionieren, dafür stelle ich persönlich ihn. Ja, es gibt dann noch viele andere kleine Sachen, das ist jetzt Gesetzestext wegen der Offenlegung, ich habe das einfach mal vorbereitet, sofalls wir wirklich noch mit diesem Penetration Test sprechen müssen. Jetzt haben wir noch zwei Minuten für Fragen. Eine Minute, was meint die Redaktion? Hat es überhaupt noch Fragen? Zwei Minuten sind okay. Ja, ich habe eine kurze Frage, und zwar, also ihr vielleicht ja ein Moratorium mal so aussetzen für eine gewisse Zeit. Kann ich daraus schließen, dass ihr grundsätzlich nicht E-Boting komplett ablehnt, oder sagt ihr, das ist technisch nicht möglich, die Meinung gibt es ja auch? Ja, also, ob es technisch möglich ist oder nicht, da habe ich jetzt eine momentane aktuelle Meinung, aber wir wollen ja nicht irgendwie die Zukunft versperren, für irgendwelche Leute, die dann mal irgendwas entwickeln, weil da sind die Schweizer sehr sensitiv, wenn man irgendwie die Zukunft verbaut, also wollen wir grundsätzlich die Zukunft nicht verbauen. Aber im Moment sehe ich nicht jetzt eine Lösung, die da abläuft. Und das ist so formuliert, dass das Parlament, wenn es die Konditionen erfüllt, also dass das System sicher ist, dass das nachgebildemassen sicher ist, und dass es durch den gewöhnlichen Bürg nachforziert werden kann. Vielleicht gibt es das in fünf Jahren, vielleicht auch erst in zehn Jahren, und vielleicht auch gar nicht. Das Parlament kann selbstständig entscheiden, diesen Verfassungsartikel wieder aus der Verfassung zu kippen. Wenn wir dann da nicht mehr ein Verstand von könnten, wir gegen die Löschung von diesem Artikel wieder das Referendum ergreifen. Aber das, was jetzt dann passiert, das ist der einzige politische Prozess, so wie ausgewöhnliche Bildung noch eingreifen können. Ich wollte vor allem nochmal Erkenntnisse aus Deutschland, wo ja das Computer-Massaker stattfand und so, wo man die irgendwie einbauen kann in die Debatte, oder ob man da wirklich noch separat für die Schweizer Systeme argumentieren muss. Oder kann man sagen, schau mal in Deutschland, da war es auch komplett im Chaos, oder schau mal wo auch immer. Ja, die Politiker wissen natürlich, was rund um die Welt eben wie bei mir passiert. Und die Medien sind sehr intensiv daran, das auch aufzuzeigen und zusammen und so. Und ich glaube einfach, man kann sicher niemals eins zu eins vergleichen. Und es gibt auch in der Schweiz irgendwelche Leute, die bereitstehen, wenn irgendwie jetzt dieser Public Intrusion Test nicht zu dem Resultat führt, die dann wahrscheinlich mit anderen Angriffen beweisen werden, dass es Probleme geben könnte. Also ich kann es jetzt nicht beurteilen, was es noch bräuchte, um die Gemeinde zu kippen. In Parlamenten, bei uns ist ja alles sehr föderalistisch organisiert, der Bund, die Kantone, die Gemeinden, jeder hat zum Teil andere Systeme, andere Prozesse. Dort passiert im Moment ein bisschen ein Umschwung. Man beginnt nachzudenken. Und das könnte uns in die Hände spielen. Also im Endeffekt kann man sagen, in Deutschland war ja nicht nur Deutschland, Niederlanden, USA. Also überall, wo es probiert wurde, ist man ja sozusagen gegen vorgegangen und hat einfach mal Sicherheitslücken bewiesen. Und immer, ich fand gut den Punkt, den du hingewiesen hast, also diese Nachvollziehbarkeit ist natürlich ein Ding, den man sonst immer in den Scar drückt. Und darum ist halt in Deutschland so die Club-Mining ganz klar, wir wollen keine elektronische Wahl ohne Paper-Train. Also das Elegante an dieser Lösung finde ich, jetzt wird ja irgendwie vom Bund her und so weiter einfach gewurstelt. Und die Kriterien, die bleiben ein bisschen auf der Strecke natürlich dabei, weil gewurstelt wird. Und das Gute finde ich hier, dass einmal die Kriterien definiert werden. Und dann sagen wir ja im Prinzip, ja, wenn man das hier erfüllt, und im Winterkopf hat man vielleicht, das ist vermutlich gar nicht möglich. Aber wenn, voila, dann machen wir es. Aber man kehrt das so wie einmal um und setzt den Maßstab und sagt, ja bitte erfüllt diesen Maßstab, dann ist alles gut. Und der Maßstab ist jetzt gesetzt. Ich finde das so eine sehr gute Lösung. Wie du gesagt hast, die Offenheit ist ja im Prinzip da. Wir verbauen niemandem das wirklich mit dieser Initiative. Es handelt sich genau um eine Geweislastung. Okay, genau das. Aber nicht, wir müssen bewiesen, dass das nicht funktioniert, sondern Sie müssen beweisen, dass es funktioniert. Und etwas bringt. Das macht das. Also, über das haben wir jetzt nicht gesprochen. Ich habe es am Anfang mit drei Fragezeichen hingestellt. Ja, was bringt es denn? Und ich habe das Gefühl, wir werden über die Ecke. Wir wollen den Auslandsschweizer nicht helfen. Ich sehe da andere Lösungswege als ich wollte. Wir wollen den Blinden nicht helfen. Es gäbe noch andere Möglichkeiten. Aber das sollte jetzt nicht eine Debatte sein, habe ich das gesagt. Es gibt eine Studie aus der Uni Los Angeles. Und dort hat man sich gefragt, warum gibt es bei einigen Kantonen da eine ablehnende Haltung und bei anderen eine zustimmende Haltung. Und dann hat man da ganz viele Hypothesen gemacht. Und am Schluss sind alle Hypothesen rausgeflogen. Und es gibt nur eine Erklärung. Die Kantone folgen dem Zeitgeist. Ausser, Sie sind überzeugt, es ist nicht sicher genug. Das ist der einzige Grund, warum man eine ganze Übung macht. Okay, wir müssen, glaube ich, die Debatte beenden für heute. Sie sind zwei Presentatoren. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus